Wir haben uns für das Produkt Nutri-Effekt im Oktober 2018 entschieden. Durch die hohe Milchmenge, die wir über die Zeit erlangt haben, ist uns langsam die Gesundheitssituation ein bisschen entglitten. Die Mastitisrate ging extrem nach oben. Es war einfach so, dass man über 11 tausende Milch hatte, aber die Inhaltsstoffe bei 3,8 Prozent Fett lagen und 3,2 Prozent Eiweiß und man eben zunehmend gesehen hat, dass vor allen Dingen die sehr hochleistenden Kühe und Fersen vom Konditionszustand her gewisse körperliche Probleme hatten. Die Situation war damals so, dass wir teilweise zwischen sechs bis sieben Kühe im Monat hatten mit Mastitis, was natürlich bei einer melkenden Kuh hätte von um die 125 Kühe viel zu hoch war. Dadurch mussten eben teilweise Tiere aussortiert werden. Das war eben damals schon ein sehr großes Problem, sodass man vielleicht Tiere, die man sonst eigentlich hätte, nicht aussortiert, denn eben durch diese Mastitisfälle leider weichen mussten. Wir setzen das Produkt jetzt seit sieben Monaten ein. Den Effekt konnte man bereits schon nach drei bis vier Wochen feststellen, dass die Inhaltsstoffe wesentlich konstanter waren und die Tiere auch von der Körperkondition auch bei den hohen Milchmengen wesentlich stabiler waren. Im Bereich Euterentzündung konnten wir eben erkennen, dass die Mastitis rate signifikant runtergegangen ist. Wir hatten im Jahr 2018 zwei, drei Kühe, die durch diese schwere Mastitis den Betrieb verlassen mussten. Und das ist einfach nicht mehr gegeben, weil wir eben seit dem Einsatz von diesem Produkt von Yosera keine Totalausfälle mehr haben. Spürbar konnten wir merken, dass seit Oktober eben die Tierarztkosten wesentlich zurückgegangen sind. Durch den Einsatz von Nutrifact halten die Kühe wesentlich länger ihre hohe Milchleistung, sodass wir teilweise Kühe haben, die bei 150 Laktationstagen immer noch über 50 Liter geben. Das spricht einfach für dieses Produkt. Nutrifact ist ein All-in-One-Produkt, sehr, sehr gut und einfach sehr, sehr schnell einzusetzen. Das Produkt hilft uns dabei, unsere Ziele wesentlich besser zu erreichen. Nutrifact würde ich auf jeden Fall meinen Berufskollegen weiterempfehlen, weil wir eben seit dem Einsatz gravierende Faktoren verbessern konnten und unsere Herde seitdem wesentlich besser läuft.